Pfeiffer fragt. Der Politalk. Im Norden. Neustart oder Ausverkauf. Wie ist TTIP noch zu retten? Teil 2. Live aus dem Innovation Campus der Handelskammer Hamburg. Wer profitiert von TTIP-Wirth? Das sind einige große Branchen, nicht die kleinen und mittleren Unternehmen, die immer genannt werden. Wem TTIP nützt, hängt davon ab, was aus TTIP wird. Aber so zu tun, als ob die Amerikaner keinen Verbraucherschutz hätten, mit Verlaub, das merken gerade die Kunden von VGW in Deutschland auf der einen Seite und die Kunden von VW in Amerika auf der anderen Seite. Allerdings extrem wichtig für unsere ganzen Südeuropäer und Franzosen, wenn da kein sauberes Abkommen zustande kommt, wird das Abkommen scheitern. Wenn Sie die richtigen Leute gewinnen lassen, ist das kein Thema. Okay, verstanden. Wollt ihr nicht abwenden? Entschuldigung. Nein, verstanden Sie mich, die war eben nicht. Ich fand, das war eine ganz interessante Runde. Wir konnten viele Argumente austauschen. Deswegen war dieser Abend, den Herr Pfeiffer gemacht hat, sensationell gut. Pfeiffer fragt, der Politalk im Norden. Teil 2. Samstag, 23. Juli, 18 Uhr auf DRF1.